Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen hier bei einer Crossover-Folge vom Geek Talk Podcast, geektalk.ch und Geek Talk Daily Podcast, daily.geektalk.ch. Es ist eine kleine, wie habe ich es genannt, Update zur aktuellen Situation. Aktuell geht ja einiges durch die Länder unserer aller dreien, die hier meistens zu hören, sprich Deutschland, Schweiz und Österreich. Der Coronavirus fegt wie wild durcheinander. Und meiner einer, für diejenigen, die es mitbekommen haben über Twitter und über Facebook, besten Dank an der Stelle nochmals an den Mike fürs Schreiben über Social Media. War ja die letzten sechs Wochen fast komplett weg von diesem Bildschirm. Das heisst, auch dem Kleinen wie auch dem Grossen. Ganz, ganz, ganz seltene, anscheinend habe ich Read-Feed und sowas gemacht, habe nicht mehr viel mitbekommen. Ja, Gesundheit ist ein rares Gut bei meiner Geschichte, meiner Vorgeschichte. Und ja, das hat mich komplett flachgelegt, weshalb es hier eben nicht wirklich Content gegeben hat, in keinem der beiden Podcast-Formate. Und da möchte ich kurz ein kleines Update geben. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Ich husse nur noch zwischendurch fleissig. Ich hatte, um es ganz genau zu sagen, kein Coronavirus oder keine Covid-19-Krankheit. Ich habe auch keine Erreger und so weiter. Was mich geplagt hat, war fast wieder eine Lungenentzündung, wie in den letzten beiden Jahren. Ja, schon mal insgesamt dreimal. Und da muss ich natürlich extrem vorsichtig sein und somit dann eben halt auch zu Hause sein. Und hüte jetzt seit sechs Wochen das heimische Büro. Ich bin ein einziges Mal ins Büro rübergegangen oder konnte rübergehen. Aber ja, alles muss aktuell liegen bleiben oder wie soll ich sagen, alles muss aktuell ein bisschen ruhig sein. Und ich muss mich schonen. Und somit kann es sein, dass es noch die eine oder andere Woche geht, bis wieder eine reguläre Folge hier über diesen beiden Kanälen kommt. Was ich weiss, ist dem Achim geht es gut. Ich weiss auch dem Jan geht es gut. Jan natürlich genauso mit seiner Geschichte bei der Gesundheit, das gehört natürlich wie ich auch zu der Risikogruppe und deshalb dürfen wir uns fleissig schonen. Was ihr aber hier im Podcatcher bekommen werdet nach dieser Geek Talk 12.20 News-Folge, also im kurzen Update, ist, ich werde euch noch eine Folge einspielen, die wir vor einem knappen Monat aufgezeichnet haben. Ich weiss, es ist eine News-Folge und sicherlich nicht mehr die aktuellste, was das Ganze anbelangt, aber für all diejenigen und von denen haben wir ganz, ganz viele Zuschriften bekommen, die unsere Stimmen aus dem Podcatcher vermissen. Ich habe mit dem Achim am, jetzt muss ich kurz nachschauen, 25. Februar, das ist knapp vor einem Monat, eine Aufzeichnung gemacht. Ich konnte dann da nicht mehr schneiden und die Show Notes schreiben, weil ich ja wirklich neben mir war. Und da hat der liebe Benjamin das Ganze geschnitten für uns und die ganze, ja genau, da der liebe, und da hat der liebe Mr. Knopf für uns die Folge im Nachhinein geschnitten. Aber auch das konnte ich nicht mehr veröffentlichen, weil ich halt wirklich so weg vom Fenster war und das würde ich gerne noch tun. Für all diejenigen, die das nicht mehr interessiert, weil eben wie gesagt, ist schon ein Weilchen her, hat aber eben den Achim und mich drin. Wer mag, soll das gerne nachhören. Das wird dann die 13.20 sein. Und es kommt dann gleich noch hinten nach eine 14.20. Das ist eine Folge mit dem Jan. Er hat da eine eigenständige Games-Folge aufgemacht, damit wir in diesem Monat doch noch eine Games-Folge raushauen können. Selber habe ich sie nicht gehört, werde das aber noch tun, bevor ich sie natürlich dann später noch veröffentlichen werde. Und bedanke mich an der Stelle vielmals dem lieben Jan für sein Engagement und das Einsprechen dieser Spiele-Folge, damit ihr etwas habt in dem Sinne. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns hoffentlich bald wieder, all denjenigen, die zu Hause sind. Und ich hoffe, das sind ganz, 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 ganz viele von euch, denn das ist eine ganz wichtige Geschichte. Bleibt zu Hause und schont alle anderen, aber auch euch selbst, logischerweise. Und ja, wir hören uns gerne wieder. In diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Und jetzt muss ich wirklich aufhören, weil da gibt es fleissig, Huster rauszuschneiden. Juppie, in diesem Sinne, bis bald, euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.